... Haupt- und Drangestudium. Marach, fünfjährig der Saison des Liedersen. Anstein aus der FG-Bundeskirche-Studium Staatsanwalt-Studium. Hier Vita Marie von Bonus direkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 den Rodewald aus der Zoffenmannsweg ist aus dem Besitz des Haustenland geschickt in Marbach, Rammstein, Brodus, Diel, Rekt. Die 1.15. Rodewald, Rammstein, Brodus, hier wie Saar Hengst, ebenfalls ausgestellt von Marbach, dann gestült in Marbach, auf der Zucht von Mansoid Riesner aus Biberbach. Der Hengst hier sicherlich schon deutlich weiterentwickelt als sein Vorgänger hier. Wir haben hier eine tolle Typ-Ausprägung gesehen, ganz schön nach oben konstruiert, hier mit einer hohen Schulter. Der Hengst hier sicherlich auch mit Drammechanik, die sich in der Vorschwebung prägt, also der Hengst schön geschlossen hätte vielleicht noch ein bisschen so eine ausgeprägtere Schwedenphase haben können und sich insgesamt vielleicht auch so auf den bestimmten D-Märchen zeigen lassen können. Aber ansonsten auch hier ein toller, maskuliner Vertreter seiner Rasse. Wir gratulieren herzlich zu Platz 3. Und dann bitten wir ebenfalls an Platz 3 zu uns nach vorne, die Katalog Nummer 180.